Seid ihr erleuchtet? Meditiert ihr überhaupt schon? Habt ihr schon eure Chakren zentralisiert und euren Talisman beschworen? Habt ihr euer Ego schon aufgelöst und euch durch das Gesetz der Anziehung alle Träume erfüllt? Besonders psychedelische Drogen werden sehr mit Spiritualität in Verbindung gebracht, weshalb ich hier mal ein wenig über das Thema sprechen wollte. Ich schildere euch meinen spirituellen Werdegang, herausragende spirituelle Lehren und meine Erfahrung mit Meditation und Gehe dabei deutlich tiefer als die tausenden Selbstexperiment-Videos, die es auf YouTube bereits gibt. Dieses Video ist sogar so aufgebaut, dass, wenn du es bis zum Schluss schaust, du bahnbrechende Erkenntnisse ergattern kannst, die dein Leben verbessern. Spiritualität wird schnell mit Esoterik vermischt und besonders Leute, die sich nicht mit dem Thema Spiritualität befassen, denken, dass spirituelle Menschen nicht an die Wissenschaft glauben, sondern eher an Karten lesen und Geister. Natürlich überschneiden sich die Dinge. Jemand, der spirituell ist, kann auch an irgendwelche Heilsteine glauben, aber auch völlig andere Glaubenssätze haben. Fast jeder Mensch hat eigentlich so eine spirituelle Ader. Wenn du in die Kirche gehst, ist das spirituell. Wenn du meditierst, ist das spirituell. Wenn du darüber nachdenkst, wie alles eins ist, bist du spirituell. Wenn du Omas mit Steinen bewirfst, bist du spirituell. Lass mich nun erzählen, wie ich von einem militanten Atheisten zu einer gläubigen Muslima wurde. Shalom. In den ersten Schulklassen musste ich tatsächlich jeden Sonntag in die katholische Kirche meines Dorfes. So viel von dem, was in der Kirche gesagt wurde, kam mir vor wie kompletter Nonsens, weshalb ich zügig eine Abneigung gegen Religion entwickelte. Ich wurde schnell Fan von Büchern vom Autor Dan Brown, der Abenteuergeschichten schrieb, bei denen er am Rande immer wieder die Kirche wäschte. Und ich kaufte mir dann weitere bibelkritische Bücher wie Die Irrtümer der Bibel oder ein Buch, in dem über die Evangelien gesprochen wurde, die nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen worden sind. Als Teenager beschäftigte sich einer meiner ersten Filme, die ich drehte, auch hauptsächlich mit dem Thema. Der Film hieß Scharf, das neueste Testament und handelte davon, wie ein neuer Messias, ein neuer Sohn Gottes in der heutigen Zeit auf die Erde kommt. Dabei gibt es viel Religionskritik und der Film ist sogar übelst PC, weil es dann auch, Spoiler Alert, einen weiblichen Messias gibt, um die Gleichberichtigung von Mann und Frau zu symbolisieren. Heute dreht sich alles, um Leute, die von sich behauptet haben, Wunder erfahren zu haben. Diese Wunder soll angeblich ein gewisser Schaf gewirkt haben. Wir interviewen heute diese Leute und wollen mehr über diese Wunder erfahren. Und nun begrüßen Sie mit einem großen Applaus mein Sohn, Störtebecker. Er, zu guter Letzt, der wunderbare Daniel. Teils war ich auch wirklich ein sehr militanter Arteist. Zu meiner Jugend habe ich mich immer gefreut, wenn die Zeugen Jehovas bei mir geklingelt haben, weil ich dann immer Ewigkeiten mit denen diskutiert habe. Es gibt ja sogar ein Video auf diesem Kabal, wo ich versuche, einem gläubigen Menschen den Glauben auszureden. Nur weil es im Buch steht, heißt es doch noch nicht, dass das ein Beweis ist, dass es so war. Bestseller, jedes Jahr. Mein Kampf war bestimmt auch mal ein Bestseller. Hat dir wirklich der Gott die Kraft gegeben oder die Tatsache, dass du geglaubt hast, dass da irgendwas Übernatürliches da ist? Weil es hätte dir ja auch was gebracht, wenn es gar kein Gott möglichen gegeben hätte. Ich habe teils Tage damit verbracht, mir Zusammenschnitte von Leuten wie Richard Dawkins, Christopher Hitchens und Sam Harris anzuschauen, wie sie gläubige Menschen zerstören. Und es gab sogar ein sehr heftiges Ereignis in meiner Jugend, bei dem ich einen gläubigen Freund halb zum Weinen gebracht habe, indem ich versucht habe, ihm zu erklären, dass sein Glaube an Gott unlogisch ist. Ich würde zwar heute immer noch gerne mit jemandem über das Thema diskutieren, aber nicht mehr so aggressiv und nicht mit der Annahme, dass mein Gegenüber nicht intelligent ist, weil er an sowas glaubt. Je älter man wird, desto eher wird man sich seiner Unwissenheit bewusst, sodass ich mir teilweise denke, ach, was weiß ich schon. Ich würde auch heute eher gegen Religion oder bestimmte Beschreibungen von Gott argumentieren, als Gott im Allgemeinen. Mit 25 hatte ich die erste psychedelische Erfahrung in meinem Leben mit Zauberpilzen. Auf meinem spirituellen Pfad war das einer meiner einschneidendsten Erlebnisse, weil ich da die Realität zum ersten Mal aus einem völlig anderen Blickwinkel wahrgenommen habe. Höre ich da einen Einwand? Höh, die Drogen haben dir da irgendwie einen Schrott eingetrichtert. Solche Einwände kommen fast ausschließlich von Leuten, die noch nicht selbst ihre Wahrnehmung durch Substanzen auf eine solche Weise beeinflussen haben lassen. Na klar, vielleicht ist es Einbildung, aber vielleicht bildest du dir auch gerade die ganze Welt ein und es gibt mich gar nicht. Diese Pilzerfahrung ließ mich wissen, dass die Realität deutlich vielschichtiger ist, als wir sie im Alltag wahrnehmen und dass unsere menschliche Wahrnehmung dann nur minimal an der Oberfläche kratzen kann. Ich weiß auch noch ganz genau, dass ich auf Pilzen damals diese göttliche Aura wahrnahm. Und das macht mich nicht unbedingt zu einem Theisten, aber es gibt einfach kein anderes Wort, das es besser beschreibt als göttlich. Psychedelische Drogen haben mich mehr open-minded gemacht zu Theorien darüber, wie die Realität funktioniert. In den Jahren nach dem Pilztrip beruhten fast alle signifikant spirituellen Erfahrungen auf psychedelischen Räuschen. Jede weitere psychedelische Erfahrung zeigte mir die Realität aus einer unglaublichen Perspektive, die sich Leute ohne solche Erfahrungen nicht vorstellen können. Ich hatte auf solchen Substanzen auch sehr häufig die Vision, wie diese ganze Existenz hier entstanden ist. Am Anfang gab es nur ein reines Bewusstsein, was man vielleicht auch Gott nennen könnte, das sich selbst dann immer mehr durch Prozesse wie Urknall und Evolution in unterschiedliche Lebensformen spaltete, sodass dann auch wir Menschen entstanden und wie alle Lebewesen eigentlich ein Teil dieses göttlichen Gesamtbewusstseins sind. Laut dieser Vision sind wir Lebewesen, Gott, der sich selbst austrickst, dass er es nicht ist, der sich selbst vergessen hat lassen, was er eigentlich ist. Und damit will ich nicht sagen, dass ich mir sicher bin, dass alles so entstand. Ich sage nur, dass ich auf Psychedelika immer wieder diese Vision hatte. Es ist dann immer so, als könnte ich mich daran erinnern, wie ich das alles erschaffen habe, als ich noch das Kollektivbewusstsein war. Das kann natürlich auch alles ein Hirngespinst der Droge gewesen sein, aber es ist definitiv eine sehr plausible Erklärung, die in keinster Weise der Wissenschaft widerspricht. Als ich 2019 meine sehr depressive Lebensphase hatte, über die ich auch im letzten Video rede, bin ich allerdings noch viel tiefer in das Thema Spiritualität eingetaucht. Da konnte ich auch endlich die Leute verstehen, die zu schwierigen Zeiten zu ihrer Religion zurückgefunden haben oder zum ersten Mal gläubig geworden sind. Die Spiritualität gab mir wirklich viel Halt und Hoffnung, wie bei anderen eine Religion. Wenn man nach gewissen Definitionen geht, ist das Wort spirituell nicht umsonst gleichbedeutend mit dem Wort religiös. Und nein, Spiritualität hat mir keinen Halt gegeben, weil ich plötzlich dachte, dass ich von irgendwelchen Heilsteinen geheilt werde. Es gibt völlig rationale spirituelle Methoden, die einem durch schwierige Zeiten helfen. Ich habe mir damals wirklich mehrere Stunden am Tag unterschiedliche spirituelle Lehrer auf YouTube angeschaut oder deren Bücher gelesen. Am meisten Zeit verbrachte ich damit Eckart Tolle, der wirklich sehr gute Anleitungen bietet, wie man mehr im Jetzt ankommt und nicht über Vergangenheit und Zukunft grübelt, was eigentlich einer der Hauptursachen von Trauer und Stress ist. Vereinzelt ist er auch für mich zu esoterisch und unwissenschaftlich, aber alles in allen sind seine Weisheiten sehr hilfreich. Er verwendet in seiner Sprache auch sehr häufig das Wort Gott oder göttlich, ohne klassisch religiös zu sein. Früher, wenn mich wer gefragt hätte, ob ich an Gott glaube, hätte ich Nein gesagt. Heute kann ich mir zwar nach wie vor nicht sicher sein, aber eine Göttlichkeit, wie sie Eckart Tolle beschreibt, ist für mich sehr plausibel. Nach dieser Definition tragen wir selbst eine Art Göttlichkeit in uns, die wir jederzeit wahrnehmen können. Also, wenn mich heute wer fragt, ob ich an Gott glaube, müsste erstmal geklärt werden, was man denn unter Gott versteht, damit ich einschätzen kann, für wie wahrscheinlich ich diese Version von Gott halte. Bei einer klassisch religiösen Vorstellung von einem Gott würde ich die Gotteswahrscheinlichkeit auf unter 1% schätzen. Besonders seit meinen Trips hatte ich allerdings wirklich deutlich häufiger das Gefühl, von der Schönheit der Existenz auf tiefgreifende Weise überwältigt gewesen zu sein, auf eine Weise, wie man von einem Kunstwerk beeindruckt ist, das man für so gut befindet, dass der Erschaffer, falls es diesen gibt, das größte Genie überhaupt, also sowas wie ein Gott gewesen sein muss. Neben Eckart Tolle habe ich mir auch viele andere spirituelle und philosophische Lehre angeschaut. Die hilfreichsten für mich waren hier Leute wie Sam Harris, Rupert Spira, David R. Hawkins und Alan Watts. Ich habe noch viele weitere geschaut, die prinzipiell auch sehr weise scheinen, was solche Themen angeht, die mir aber von der Art nicht so zusagten. Dann gibt es aber auch die toxische Seite der Spiritualität. Bei Themen wie dem Gesetz der Anziehung entdeckt man häufig diese Toxizität. Das Gesetz der Anziehung besagt im Grunde, dass wenn man sich seine Zukunft nur intensiv genug vorstellt und auf irgendwelche Plakate schreibt, diese Wünsche in Erfüllung gehen werden. Wenn du einen Tesla willst, drücke dir ein Bild vom Tesla aus und stelle dir vor, wie du das Lenkrad des Teslas mit deinen Händen umschließt und du wirst ihn bekommen. Wenn gegen das Prinzip alleine ist, dann sich erstmal nicht unbedingt was auszusetzen. Ich muss gestehen, dass ich aufgrund der Beschäftigung mit solchen Themen viele Träume aufgeschrieben und visualisiert habe, weil ich mir dachte, schaden kann sie ja nicht. Teils sind die Dinge auch eingetreten. Es gibt zusätzlich einige sehr eindrucksvolle Geschichten, wo das Gesetz der Anziehung funktioniert haben soll. Beispielsweise hat sich Jim Carrey, als er arm und erfolglos war, einen Scheck von 10 Millionen Dollar geschrieben und wenige Jahre später hatte er halt wirklich die 10 Millionen. Hier ist natürlich der Survivorship-Bias im Spiel. Nichtsdestotrotz ist es eine nette Story. Es ist ja logisch, dass solche Praktiken wirklich zur Erfüllung gewisser Ziele beitragen können, ohne sich auf irgendwelche Pseudowissenschaft zu beziehen. Wenn ich mir den Tesla vor Augen führe, motiviert mich das vielleicht eher, die Handlungen zu tun, um mir diesen leisten zu können. Das muss nichts damit zu tun haben, dass deine positiven Gedanken Schwingungen auf dem Quantenfeld auslösen. Toxisch wird die Theorie, wenn man sich zu sehr auf diese Theorie versteift und sich fragwürdige Gurus anschaut, die sich fast ausschließlich mit dieser Theorie befassen. Diese Leute bieten dann oft Kurse für tausende Euro an, in denen man lernt, wie man Dinge manifestiert. Das Toxische an der ganzen Sache ist, dass, wenn die Träume dann nicht in Erfüllung gehen, jene Gurus einem dann erklären, dass das daran liegt, dass man zu negative Gedanken hat oder sonstige Blockaden, aber keineswegs daran, dass das Gesetz der Anziehung nicht funktioniert. Also nach dem Motto, erträume dir deine Zukunft und sie wird wahr. Falls nicht, ist das deine Schuld, dein schlechtes Mindset. Guter Tipp, ja, das macht mich sehr positiv. Nicht so positiv, wie wenn du noch einen Kurs von mir kaufst. Achtet darauf, nicht auf solche shady Gurus reinzufallen. Wenn man sich zu sehr mit dem positiven Mindset beschäftigt, das man für seine Ziele haben muss, anstatt damit die Dinge zu tun, die man für seine Ziele machen muss, ist es eher kontraproduktiv für seine Ziele. Visualisierung funktioniert, wenn du hart arbeiten kannst. Ja, das ist das, was man nur visualisieren kann und dann, du weißt, ein Sandwich zu essen. Kommen wir zu einer weiteren spirituellen Falle. In vielen spirituellen Lehren geht es auch darum, dass man sein Ego verkleinert, denn mit einem kleineren Ego führt man ein glücklicheres Leben, weil einem dann sein Kontostand und weitere äußere Umstände nicht mehr so wichtig sind. Im Idealfall ist man dann wunschlos glücklich. Leider kann man sehr häufig beobachten, dass Leute auf so einem Pfad das größte Ego überhaupt haben. Manche leben dann vielleicht wie die Hippies ohne Geld und denken, sie sind so ihr Ego losgeworden, aber sie haben sich einfach nur ein anderes Wertesystem aufgebaut, um ihr Ego zu stillen. Während der Reiche sein Ego mit Geld und Reichtum befriedigt, befriedigt der Spirituelle sein Ego, damit, dass er ja so vogue ist und dieses schreckliche Geldsystem nicht mitspielt und damit, dass er allen erzählt, wie klein sein Ego ist, weil ihm das Geld nicht wichtig ist. Fragwürdige Gurus könnten das alles ausnutzen und dir raten, dass du ihnen dein Geld schenken sollst, um zu realisieren, dass Geld nicht wichtig ist. Als ich 2019 vor allem deshalb sehr depressiv war, weil ich kaum Geld und keine Freundin hatte, wollte ich auch mein Ego kleiner werden lassen und wurde süchtig nach diesem spirituellen Content, was auch eine sehr ego-getriebene Handlung war. Ich habe mir an so vielen Tagen von früh bis morgens nur so spirituelle Videos angeschaut. Oh mein Gott, ich will egolos werden, ich muss unbedingt egolos werden, gib mir den spirituellen Content, ich brauche die Spiritualität! Der Widerspruch sollte klar sein. Ich glaube wirklich, dass es gut sein kann, zu versuchen, ein gesünderes Ego zu entwickeln, aber wenn ihr euch zu sehr darauf versteift, kann das einen gegenteiligen Effekt haben. Ein bisschen Ego gehört für mich auch irgendwie zum Leben dazu. Klar, manche Leute werden wie Mönche und sind ohne Besitz glücklich in einem Kloster, aber so ein bisschen zu hustlen und Ziele wie ein Tesla anzustreben und dabei zwischendurch auf die Fresse zu fliegen, kann auch Spaß machen. Im Rahmen meiner spirituellen Reise habe ich mich auch mit Themen wie Erleuchtung und dem spirituellen Erwachen beschäftigt. Das Game habe ich komplett durchgespielt. Ich bin zu 100% erleuchtet, ihr Wichser. Ein Video über Spiritualität geht natürlich nicht ohne das Thema Meditation. Es gibt den sehr treffenden Spruch, psychedelische Drogen sind wie Meditation für Faule. Das bedeutet nicht, dass die zwei Sachen austauschbar sind. Bei Psychedelika geht die Erfahrung gefühlt sehr viel weiter, aber weil Meditation näher an unsere alltäglichen Erfahrungen dran ist, gibt es einige Erkenntnisse, die eher durch Meditation möglich sind. Bei Forschungen hat man herausgefunden, dass sowohl trippende Menschen als auch Menschen mit viel Meditationserfahrung ihre Aktivität im Default-Mode-Network reduzieren. Das ist der Part des Gehirns, in dem man vermutet, dass das Ego sitzt, beziehungsweise die Sachen, die man mit dem Ego verbindet. Dass Psychedelika diesen Effekt haben, weiß ich aus Erfahrung. Bei mehreren Trips wusste ich nicht mehr, wer ich war. Ich hatte alle Wünsche, Träume, Erinnerungen, die ich als Mensch, als mein Ego wahrnehme, kurzzeitig verloren. Die meisten Menschen werden vermutlich niemals solche Zustände durch Meditation erreichen, aber man kann definitiv das Ego durch Meditation kleiner werden lassen, so dass man mehr im Moment leben kann, was das Leben schon deutlich angenehmer macht. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, mit dem Meditieren anzufangen, bin aber erst 2019 richtig dazugekommen. Einer meiner ersten Meditationsversuche war mit geführten Meditationen von YouTube. Die, die ich gefunden habe, konnte ich fast alle überhaupt nicht ausstehen. Das waren aus meiner Sicht größtenteils eher Hypnosen als geführte Meditationen. Da kommen dann so Sätze wie Stell dir vor, wie deine Füße am Sand eines schönen Strandes entlang gehen. Und ich denke nur so, Schnauze, was will ich jetzt an einem Strand? Ich bin hier, um zu meditieren. Yoga-Kurse und Meditativ-Atmen-Kurse, an denen ich teilgenommen habe, waren sehr schön. Allerdings spricht mich bis heute am meisten die Meditations-App von Sam Harris, Waking Up, an, die ich hauptsächlich vor dem Einschlafen höre, weil es mir beim Einschlafen hilft. Wenn ihr des Englischen nicht mächtig seid, empfehle ich am ehesten die App Mindbuilding von meinem Homie Green Rabbit, die der Waking Up-App am nähesten kommt. Wenn man mit dem Meditieren anfängt, fragt man sich immer so, mache ich das richtig? Was ist Meditation überhaupt? Aber irgendwann macht es Klick und man checkt, was es mit der ganzen Meditation auf sich hat und kann anfangen, meditative Zustände auch bei alltäglichen Aktivitäten zu erreichen. Es gibt sehr weit verbreitete Irrglauben, wie Meditation funktioniert. Manche denken irrtümlicherweise, dass man bei einer Meditation nichts denken darf. Weil es wissenschaftlich erwiesen ist, dass Meditation Kreativität und Fokus steigert, Stress und Krankheiten reduziert, Schlaf verbessert, das Wohlbefinden erhöht und die Stimmung bessert, wird Meditation immer populärer. Ich befürchte aber, dass weil viele die Meditation nur machen, um diese positiven Ergebnisse zu erzielen, dann nur im Mittelpunkt steht, wie entspannt man sich gerade durch die Meditation fühlt und man dadurch weniger spirituelle Erkenntnisse erfährt, die aber ironischerweise sehr gut gegen Stress helfen können. Nur zu meditieren, weil es Stress reduziert und entspannt ist, so als würde man sagen, dass man Computerspiele nur zockt, damit man eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit hat. Ja klar, verbessert Zocken die Reaktionsgeschwindigkeit, aber trifft das die Essenz der Aktivität? Und bei so gut wie allen Meditationsexperimenten, die es auf YouTube gibt, steht aus meiner Sicht viel zu sehr dieser Aspekt der Meditation im Mittelpunkt. Und mögliche spirituelle Erkenntnisse sind höchstens Nebenthema. Im Zentrum der Meditation steht im Grunde die Beobachtung. Beobachte, wie die Dinge sind. Beobachte, wie sich dein Geist zur Realität verhält. Wie verhält sich Bewusstsein zu deinen Gedanken oder zu Zeit? Was ich bei Sam Harris Meditations-App fast noch gelungener finde als die Meditationen, ist die Moments-Funktion, die einem täglich zu bestimmten Uhrzeiten kurze spirituelle Weisheiten vorspielt. Mittlerweile höre ich kaum mehr Eckart Tolle. Inzwischen ist Sam Harris meine Nummer 1. Er ist von allen spirituellen Lehrern der mit der wissenschaftlichsten Herangehensweise, mit 0,0 Esoterik und sehr schönen Erklärungen. Er redet auch regelmäßig über Psychedelika, was es dann natürlich für mich more relatable macht. Ich spreche die ganze Zeit von spirituellen Weisheiten, ohne irgendwie konkret zu werden. Ich möchte euch nun meine drei wichtigsten spirituellen Erkenntnisse, die auch philosophischer Natur sind und auch irgendwie zusammenhängen, aufzählen. Das Selbst ist eine Illusion, es gibt keinen freien Willen und alles erscheint nur im Bewusstsein. Diese Sätze klingen für manche jetzt vielleicht banal, falsch oder unlogisch. Es sind aber Konzepte, die jeder selbst mit eigener Erfahrung überprüfen kann. Es ist nur schwierig zu wissen oder zu erklären, wie und wo man schauen muss. Genau genommen ist das Meditieren genau dieses Schauen, mit dem man erfahren kann, dass diese Aussagen stimmen. Manche Leute müssen sehr lange meditieren, um diese Sachen zu erkennen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal die Erklärungen angehört hatte, warum das Selbst eine Illusion ist und einfach nur völlig verwirrt war und keine Ahnung hatte, was gemeint war. Wenn man das das erste Mal hört, könnte man die Aussage so interpretieren, dass sie bedeutet, dass wir nicht existieren. Es gibt viele Weisen, wie wir das Wort Selbst benutzen und nicht alle dieser Selbst sind eine Illusion. Das Selbst oder auch das Ich, das eine Illusion ist, ist das Gefühl, dass man ein Subjekt in seinem Körper ist. Das Gefühl, im Kopf zu sein. Das Gefühl, eine Entität zu sein, die im Kopf ist und von dort alles steuert. Das Gefühl, dass man sich mit seinen Gedanken identifiziert. Warum sagen wir, mein Herz schlägt, aber ich denke, anstatt mein Gehirn denkt? Weil wir uns einbilden, dass das Herzschlagen etwas ist, das automatisch vom Körper gemacht wird und dass es beim Denken eine Art Ich gibt, das irgendwie für das Denken verantwortlich ist. Wenn du aber genau hinschaust, kannst du erkennen, dass diese beiden Phänomene von gleicher Natur sind. Beides sind Dinge, die dein Körper automatisch macht und einfach nur auf deinem Bewusstsein erscheinen. Aus der Sicht des Bewusstseins gibt es nur Gedanken und keine zusätzlichen Denker der Gedanken. Dein Bewusstsein, das jetzt meine Worte wahrnimmt, kann genauso wenig deine nächsten Gedanken bestimmen, wie das nächste Wort, was aus meinem Mund kommt. Trompete. Ja, man hat ein Gehirn, das Entscheidungen trifft, aber die biologischen Prozesse, die diese Entscheidungen verursacht haben, sind nichts, worauf dein Bewusstsein Einfluss nehmen konnte. Dein Bewusstsein bekommt die Entscheidung mit, als sie schon längst vom Gehirn getroffen wurde. Dass es ein Ich gibt, das die Gedanken kreiert hat, ist auch nur ein Gedanke, der auf deinem Bewusstsein erscheint, so wie alles, was du wahrnimmst. Man sagt, ich habe einen Körper, aber ich sehe Dinge, als wäre der Körper etwas, das im Besitz eines Ichs wäre und als wäre das Sehen etwas, das das Ich macht. Aber ist es nicht der Körper, der das Sehen macht? Gibt es ein Ich, das das Sehen macht, das nicht der Körper ist? Kann das Ich einerseits der Körper sein und andererseits den Körper haben? Das Sehen und die Erfahrung, einen Körper zu haben, sind beides auch nur Erscheinungen auf dem Bewusstsein. Wenn man versucht zu inspizieren, wo die Grenze zwischen einem Selbst und der Umwelt ist, kommt man zu der instinktiven Annahme, dass die Grenze zwischen der Haut und der Umwelt ist. Aber kann die Grenze so klar sein? Warum identifizieren wir uns mit dem Gedanken, den wir denken, aber nicht mit dem, was wir sehen, obwohl wir beide Aktivitäten so formulieren, als gäbe es ein Ich, das diese Sachen tut? Es gibt kein Ich, das es tut. Es wird getan. Es passiert einfach. Gedanken, dein Körper, Sehen, Hören, Bewegen, alles sind Erfahrungen, die einfach kommen und gehen, die auf das Bewusstsein gleiten und wieder verschwinden. Es gibt kein Seher des Gesehenen, kein Denker des Denkens, kein Wahrnehmer in der Mitte des Wahrgenommenen. Diese Illusionen, dass es das doch gibt, kann man sich vorstellen wie ein Bildschirm, auf dem ein Film kommt und der Bildschirm sich mit dem Film identifiziert und vergisst, dass er ein Bildschirm ist und denkt, dass er den Film steuert. Durch Meditation und spirituelle Praktiken kannst du erkennen und dich immer wieder daran erinnern, dass die Essenz deines Seins der Bildschirm ist und nicht der Film und übst dich darin, dich als Bildschirm nicht allzu sehr davon beeindrucken zu lassen, welcher Inhalt auf deinem Bildschirm abgespielt wird, also welcher Inhalt auf deinem Bewusstsein erscheint. Im Endeffekt basiert alles nur auf Energie, die sich immer wieder verschieden zusammensetzt. Unsere Vorstellung von zusammenhängenden Objekten und auch Subjekten innerhalb dieses sich ständig wandelnden Flusses basiert rein auf Konzepten. Was ist das für ein seltsamer Gedanke, ich kann nicht mehr mit mir leben. Wenn ich nicht mehr mit mir leben kann, dann müssen ja zwei Personen hier sein. Eine Person, die ich bin und eine Person, mit der ich nicht mehr leben kann. Ich claim, und viele haben für tausend Jahre gesagt, zu verlieren dieses Gefühl, zu eigentlich haben die Zentren aus der Erfahrung, so dass du einfach, dass du einfach, wie du auf dieser Seite bist, auf dieser Seite bist, wie du in, als ob du über deine eigene Schulter bist, appropriiert die Erfahrung in jedem Moment, du kannst einfach sein identifizieren zu dieser Sphäre von Erfahrung, das ist all die Color und Licht und Feeling und Energie von Consciousness, aber da gibt es keinen Sinn von der Zentren. So this is classically described as self-transcendence or ego-transcendence in spiritual, mystical, New Age, religious literature. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise, beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off. I believe that it's deeper than that. I believe we're a field of energy dancing for itself. The being that lies at the heart of ourself, irrespective of the content of our experience, the simple being that each of us refers to when we say, I am, before what I am is colored or qualified by experience. Just the recognition of that being is what is referred to as enlightenment. There's one self that's the illusion, which is the identification with the mind and the ego, which is the unobserved mind. And there's a self that arises there that is a dreadful burden to live with. You carry around, most people, for their whole life, they carry the burden of a mentally defined sense of who they are, me. What about me? That's the little self, the illusory self. And that's the self that most people refer to when they say I. But I potentially has a deeper meaning and is the deepest word, perhaps we could say, in the language. In its truest sense, I refers to who you are beyond the form, beyond the thoughts and emotions. You as the consciousness is the self. Now, the self has no form. You cannot grasp it. You cannot see it. You cannot really define it. You can never say, ah, there it is, because who is saying that? You are the consciousness, the perceiving. You are it. You can never see it as an object external to yourself. It's the essence. You are not what is seen. You are the seeing. You are the consciousness behind the seeing. You are not what you hear. You are the consciousness behind what you hear. I am not the ego. Do you see how apparently contradictory it is? When you say, I am not the ego, you know what you are saying? You are saying, I am not I. The ego is the I. It says, I am not the mind. I am not the intellect. I am not the memory. I am not the ego. I am not I. How could that be true? It's true because mind, memory, intellect, ego, they are all objects. They are all experienced. If they are experienced, a simple direct fact. I experience them. Hence, I cannot be those things. They are things. Just like this thing. Just like this thing. And our fundamental self is not something just inside the skin. It's everything around us with which we connect. When you look out of your eyes at nature happening out there, you're looking at you. I'm not going to say what we should do from then on. But simply, that before we think of doing anything in this critical situation, we realize the completely illusory nature of the beings that we think we are and get back again to the beings that we really are, which includes all this outside world, no longer left outside. Ihr seid geheilt. You're alive. 4th floor, no longer left outside. You're alive. You're alive. You're alive. Your현 and theinä. You're alive. Number Abraham. Yeah, good. There is. You're alive. You're alive.